Wir haben beim letzten Mal in Webflow dieses eigentlich ganz schöne Blog-Übersichtsseiten-Grid erstellt und das Ganze wollen wir heute mal einfach so ein bisschen auf das nächste Level bringen und noch animieren. Zum einen haben wir hier, wenn ich die Seite neu lade, diesen Schriftzug, der sich so auch mit einem 3D-Effekt rein animiert. Genauso auch die Linien, die von der Mitte und nach unten runter animieren und dann die Bilder mit einem kleinen Hover-Effekt und wenn man hinscrollt, werden die auch so ein bisschen rein skaliert und drehen sich so leicht. Also ganz nette kleine Effekte, die du, glaube ich, in Webflow hier und da auch mal gut einsetzen kannst. Viel Spaß dabei, los geht's. Wir fangen mal mit dem Bereich hier oben an, mit dem Schriftzug und da werden die Buchstaben ja einzeln rein animiert und auch ein bisschen mit 3D-Perspektive gespielt und dazu müssen wir jetzt hier in diesen Block-Header-Wrapper erstmal nochmal einen Diff einfügen und das benennen wir mal Block-Header-Title-Wrapper, also einfach nochmal einen Diff, wo wir den Titel dann reinschieben und den setzen wir auf Flexbox-Horizontal und dann aber rechtsbündig. Das brauchen wir, damit der Block-Titel hier, eben siehst du jetzt, der Kasten ist jetzt quasi nur so breit, wie auch der Inhalt ist und wenn wir hier kein Flexbox anwenden, ist der Kasten so breit, wie eben der nächste Container, also über die volle Breite und das spielt eine Rolle, wie stark die 3D-Perspektive nachher in der Animation angewendet wird. Deswegen packen wir quasi hier das nochmal außenrum und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, jeden einzelnen Buchstaben nochmal in einen eigenen Span zu packen und den benennen wir dann einfach mal Block-Header-Title-Letter. Ich weiß, das sind alles lange Beschreibungen, aber es macht an der Stelle nichts aus. Es sollte lieber klar für dich einfach dann sein und wir machen das jetzt sozusagen einmal mit jedem von diesen Buchstaben, das spule ich für dich so ein bisschen vor und das ist wichtig, dass wir das hier einmal als Headline außenrum, als unsere H1 sozusagen belassen können und innen drin nachher die Spans animieren, weil so haben wir für Suchmaschinen immer noch einen Titel und ich habe schon viele Webseiten gesehen, die dann solche Buchstaben einzeln animieren und dann hier quasi sechs- oder siebenmal eine H1 einsetzen und das ist natürlich nicht so gut. Dann müssen wir dieser Headline einmal noch eine 3D-Perspektive hier unten mitgeben. Da gehen wir mal auf diese, äh, nicht auf das Plus, muss ich nochmal resetten, auf die drei Punkte gehen wir und dann sehen wir hier unten Children-Perspektive. Also alle Kind-Elemente, die innen drin sind, also alle die hier, bekommen jetzt diese Perspektive mitgegeben, wenn wir das im 3D zum Beispiel drehen. Und hier geben wir mal 3EM ein. Ich nehme jetzt hier EM, ja, normalerweise würden wir hier vielleicht mal 1000 Pixel oder 5000 Pixel, äh, 500 Pixel eingeben. Ich nehme EM, weil das ganze Dokument ja mit der Wizardry-Method sehr schön responsive gemacht wird und das hier kann ich einmal in dem oberen Bereich jetzt hier, also der Ausgangspunkt ist der obere, mittlere Bereich und 3EM. Das heißt, hier steht zwar jetzt 3, aber eigentlich würde hier 30 stehen, weil das EM orientiert sich ja immer am nächstgelegenen Element, was eine Font-Size gegeben hat und hier steht 10 drin in dem Titel. Das heißt, es ist 10 mal 3, das heißt, hier würde eigentlich 30 drin stehen, ja, 30 EM. Das beachten, wenn du hier, kannst genauso Pixel auch eingeben, wenn du eben, ja, das, wenn du das möchtest, aber so wird sozusagen die Animation auch so ein bisschen kleiner skaliert, wenn wir in die anderen Breakpoints gehen. Dann fangen wir an, den Schriftzug zu animieren. Wir gehen hier einmal in die Interaktion rein und machen das als Page-Trigger. Sobald die Seite lädt, Page-Load, Start a new animation und dann benennen wir das mal Block Overview Header Title Animation. Also wir separieren das auch von den Linien, die sich nachher noch animieren und den Bildern und so weiter. Und ich mache gerne auch deutliche Titel, weil falls du mal da irgendwie 20, 30 Animationen hast, bist du froh, dass du das irgendwie noch zuordnen und deutlich klar machen kannst, was was ist. Und jetzt nehmen wir uns diesen ersten Buchstaben und gehen dann zum Beispiel mal auf Rotate und können das Ganze jetzt hier auf Class stellen und dann Initial State. Und jetzt siehst du, hier hat er jetzt auch die eindeutig, betrifft das jetzt nur diesen ersten Buchstaben. Jetzt können wir eine Y-Achse hier mal 90 eingeben und du siehst, dass nichts passiert. Er dreht den Buchstaben nicht, obwohl wir 3D Perspective eingegeben haben. Und das liegt daran, und das ist ein Problem, auf das du vielleicht öfters mal triffst, und es ist ganz gut, dass das jetzt hier passiert, dass wenn wir jetzt hier nochmal in die Styles reingehen und einen Buchstaben hier anschauen, ist der auf Display Inline gesetzt, standardmäßig. So ist es bei einem Span immer. Und das müssen wir sozusagen einmal unterbinden. Das heißt, wir gehen hier in den Blockheader Title rein, den hat ja jeder von diesen Spans, hat ja diesen als Klassennamen. Und dann können wir das einmal auf Block setzen. Und das ist auch okay, dass das jetzt alles untereinander ist. Jetzt gehen wir wieder zurück und nehmen uns den Blockheader Title und setzen den einmal hier auf Flexbox und dann rechtsbündig, linksbündig, macht jetzt an der Stelle nichts. Also das ist wichtig, weil jetzt, warum auch immer, ich weiß nicht genau warum, aber das habe ich herausgefunden, dass das eben eingestellt sein muss, damit wir auch solche 3D Transform und Scale und sowas alles einsetzen können. Und jetzt siehst du schon, dass er quasi das Ganze ein bisschen gedreht hat. Können wir auch ein bisschen mehr machen, vielleicht 100 oder 95. Und das ist sozusagen die erste Einstellung, die wir machen. Zusätzlich wollen wir einen Move mit einbinden. Da gehen wir jetzt von in der x-Achse einmal auf, ich glaube, 2em hatte ich da eingegeben. Ne, plus, genau, so. Das heißt, der geht ziemlich weit rüber. Das heißt, machen wir da mal vielleicht 1,5. Dann in der y-Achse so ein bisschen nach oben, vielleicht 2vh. Kannst du auch 1vh, wenn es filigraner sein soll. Und das Ganze in der z-Achse, also perspektivisch, kommt es dir näher oder geht es weiter weg, geben wir hier auch mal minus 2em ein. Und hier merkst du, es sind wieder kleine Zahlen, aber dadurch, dass das 2em sind, multipliziert sich das ja wieder mit dem, was in der Headline eingegeben ist. Und hier steht 10. Das heißt, hier würde eigentlich jetzt 20em stehen. Ja, das nur als Hintergrund. Und du kannst hier wieder Pixel auch eingeben. Völlig in Ordnung. So, das wäre das eine. Dann brauchen wir noch ein Opacity. Das machen wir hier auch einmal. Und dann soll es von 0 gehen. Und das Ganze können wir jetzt duplizieren und sozusagen wieder zurücksetzen. Von 95 auf 0. Dann geht das Opacity hier auf die 100%. Und das Move geht wieder auf 0. Also da, wo es eigentlich auch positioniert ist. Ich mache das Opacity jetzt mal hier an Schluss. Die ersten 2 können wir jetzt hier Rotate und Move mit 1,5 Sekunden laufen lassen. Und dann so ein OutQuad. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen was schnelleres. OutQuint. Und dann Opacity machen wir mit 0,8 Sekunden. Und da nehme ich meistens ein East bei Opacity. Und das passt dann. Okay, und jetzt feuert es sofort ab, wenn die Seite lädt. Da wollen wir so einen leichten Delay noch reinmachen. 0,3, damit wir zuerst die Linie nachher horizontal animieren können. Und dann fängt der Schriftzug an. Das ist, glaube ich, ganz nett, wenn das ein bisschen später kommt. Und das können wir jetzt mal abspielen. Und du siehst da jetzt noch nicht viel, weil sich das erst auf allen Buchstaben anwendet. Aber im Prinzip markierst du jetzt die oberen Bereich. Duplizierst das einmal. Hängst das wieder hier oben rein. Rechtsklick. Change Target. Wählst den zweiten hier aus. Und jetzt siehst du, hat er diese Klasse hier verloren. Er macht nur Selected Element. Wäre an der Stelle auch okay. Ich nehme aber lieber jetzt Klasse, damit wir hier eindeutig auch die zwei haben. Und genauso unten musst du nochmal duplizieren. Das ist auch dranhängen. Das Ganze wird dann 0,4 Sekunden Delay haben. Soll ja später ein bisschen sich reinanimieren wie der erste Buchstabe. Dann gehen wir wieder Rechtsklick. Change Target. Und wählen das zweite aus. Und können dann hier wieder das erste klicken. Und dann auf Klasse. Und so können wir das jetzt im Prinzip so oft durchmachen, bis alle Buchstaben einmal angewählt sind und animiert sind. Und dann schauen wir uns das nachher einfach mal an. So, ich bin unten angekommen. Und dann siehst du, es ist eine ganze Menge Elemente, die da jetzt zustande kommen. Aber es ist im Prinzip ja immer wieder das Gleiche. Und wenn man eben mehr Buchstaben hat, dann wird es auch eine ziemlich lange Liste. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt hier aussieht. Schön. Also ich finde das gerade mit diesem 3D-Effekt, der kommt da immer sehr schön zur Geltung, wie er die Buchstaben so dreht. Was ich ganz cool finde, wenn du jetzt hier mal nochmal rausgehst, in die Styles wieder rein und auch die H1 auswählst, die Headline, wo wir diese Perspektive gemacht haben. Dann siehst du, wenn du jetzt zum Beispiel mal auf das Mittige gehst, dass total andere Animationen zustande kommen. Also das ist die Ausgangslage, von wo er dieses 3D oder den Buchstaben letztendlich dreht. Und wenn wir jetzt uns das anschauen, dann siehst du, dass es ein bisschen anders ist. Das ist nicht so von oben. Ja, ist eher horizontal. Und genauso, wenn wir das mal jetzt unten anwählen, kriegen wir einen ganz anderen Stil hier zustande. Und es sieht trotzdem auch irgendwie cool aus. Also damit kannst du sicherlich dann mal so ein bisschen rumspielen. Gucken wir uns das Ganze auch mal hier auf Tablet an und auf Mobile. Im Prinzip dadurch, dass wir jetzt auch die EEM eingesetzt haben, ist es überall so ein bisschen schwächer jetzt auf kleineren Screens. Und wenn du da jetzt eben Pixel verwendet hättest, müsstest du dann vielleicht diese Animation nochmal auf dem Smartphone anlegen, wenn die Buchstaben dann zu weit rausgehen und so weiter. Also deswegen, EEM ist da glaube ich auch wieder ganz gut einsetzbar. Schauen wir uns die Originalseite nochmal an. Sehen wir, dass eine Animation auch in der Trennerlinie oben, die übrigens auch über die volle Breite geht, und rechts und links auch runteranimiert wird. Das heißt, wir müssen diese Striche nochmal selbst bauen. Momentan sind die ja hier einfach im Grid mit integriert als Borderfarbe. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich das wieder deaktivieren. Und wir machen jetzt erstmal diesen oberen Strich und den packen wir hier einfach mal in diesen Block Header mit rein. Also ich mache hier mal ein Block Header Divider Wrapper Div. Und das Ganze wollen wir hier auf, beziehungsweise, nee, das können wir schon so lassen, in der Höhe 1 Pixel und in der Breite 100%. Und jetzt siehst du, wenn wir noch eine Hintergrundfarbe geben, dass wir momentan durch den Container eben begrenzt sind. Das heißt, wir müssten diesen Divider irgendwie raus aus dem Container bekommen. Und das heißt, das müssen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen umstrukturieren. Ja, ist es aber überhaupt kein Problem. Ich dupliziere jetzt einmal diesen gesamten Container mal. In dem unteren schmeiße ich den Header raus. Und da packen wir nur das Grid rein. Genauso eben den Abstand nach oben, der aktivieren wir und machen nur einen Large XL Abstand nach unten. Und oben machen wir das so, dass wir den Block Header quasi, beziehungsweise das Grid erstmal rauslöschen und den Block Header ganz nach oben setzen. Ja, und innen drin dann sozusagen den Container. Und in dem Container setzen wir hier diesen Title Wrapper uns mit rein. Und darunter setzen wir dann den Divider hin. Ja, dass der Divider nicht in dem Container ist. Und jetzt gucken wir mal. Da müsste jetzt also hier schwarz schon genau über die ganze Breite gehen. Jetzt haben wir hier natürlich noch einen XL Abstand nach unten. Den brauchen wir nicht. Jetzt klebt das hier auch noch so sehr dran. Wahrscheinlich, weil der Block Header hier den Padding nach unten hat. Genau, den können wir jetzt hier mal deaktivieren. Und dafür geben wir aber dem Block Header Divider einfach einen Abstand nach oben von 1 EM. Dann sind wir im Prinzip genau gleich, wie wir davor auch waren. So, die obere Linie haben wir also. Jetzt geht es um die untere. Und hier ist es so, dass wir um das Block Grid erstmal noch eine, nicht da rein, sondern da drüber. Aber eine Hilfsklasse, also noch eine Klasse brauchen mit Position Relativ. Das ist eine globale CSS-Klasse, die ich bei jedem Projekt eigentlich mir zur Verfügung stelle. Und das Einzige, was sie macht, ist Position Relativ zu setzen. Und da schieben wir jetzt das Grid rein. Und das hilft uns, dass wir innen drin jetzt eben zweimal zwei Linien absolut positionieren können. Das heißt, hier nehmen wir jetzt ein neues Div mit rein mit Grid Border Line Wrapper. Das dupliziere ich auch nochmal, beziehungsweise schieben wir das jetzt erstmal da rein. Duplizieren. Grid Border Line ist sozusagen das, was dann da drin ist. So, warum brauchen wir zwei? Wir könnten ja auch nur eine Div-Box eigentlich in der Linie bilden lassen. Und das liegt daran, dass wir auf der rechten Seite hier quasi ein bisschen was überlappen müssen. Wir gehen jetzt also hin und machen diesen Border Wrapper einmal mit zwei Pixel breit, ja, zwei Pixel, nicht ein Pixel, und in der Höhe 100%. Genauso gehen wir auf Position Absolute und mal in die obere linke Ecke. Das heißt, hier haben wir jetzt schon mal eine Linie geht von ganz oben bis dann hier unten, wo das Grid aufhört. Die Hintergrundpfade von einem Wrapper ist jetzt mal weiß, weil wir hier auch weiß sind im Hintergrund von der ganzen Seite. Innen drin haben wir jetzt eine Linie, und die ist jetzt einfach mal breite, können wir jetzt 100% machen, orientiert sich ja an den zwei Pixeln, die außen definiert sind, und in der Höhe auch 100%. Nehmen wir mal hier einfach zur Sicherheit auch diese 1 Pixel jetzt mit rein. Stimmt, wir müssen 1 Pixel schreiben, weil sonst wäre die Linie 2 Pixel breit. Also hier 1 Pixel schreiben. Und das Ganze wird auch absolut positioniert oben links und kriegt jetzt die Hintergrundfarbe schwarz. So, jetzt müssten wir also diese Linie sehen. Ja, passt, geht bis unten hin. Und wir können sie jetzt auch animieren, und dadurch, dass wir in die obere linke Ecke sind, können wir, wenn wir das Ganze jetzt auf 10 eben stellen, siehst du, dann animiert der sich von oben nach unten, wenn wir jetzt von 0% Höhe auf 100% gehen. Und das ist quasi der Trick bei dem Ganzen. So, jetzt haben wir das Gleiche auf der rechten Seite, und jetzt merkst du gleich, warum ich das 2 Pixel und mit so einem Rapper gemacht habe, der erstmal die Hintergrundfarbe weiß hat. So, jetzt habe ich es doppeliziert. Das Ganze machen wir eine Combo-Class mit Right, also Borderline-Wrapper-Right, können wir dann oben rechts positionieren. Und jetzt, wenn ich jetzt mal diese Grid-Borderline, mache ich auch Right, einfach mal Display-None, siehst du, dass wir jetzt quasi diesen Rapper hier drüber gelegt haben. Und der ist 2 Pixel breit, das heißt, er nimmt mit einem Pixel die 1 Pixel breite Farbe, die normalerweise jedes von diesen Teaser-Elementen nach rechts hat, legen wir was drüber sozusagen, was weiß ist. Und jetzt sieht es aus, als ob wir auf der rechten Seite keine weiße Linie haben. So, und indem wir die hier einfach eingeblendet lassen, können wir eben das Ganze dann, ja, auch mit einer schwarzen Linie versehen. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, achte mal da drauf, dass die Linie oben von der Mitte aus nach rechts und links animiert. Das heißt, die haben eigentlich zwei Divider, die von der Mitte aus eben in die Seiten gehen. Und das haben wir momentan noch nicht angelegt. Wir haben ja nur eine Linie, die über die ganze Breite geht. Das heißt, wir könnten nur von links nach rechts oder von rechts nach links. Und wenn wir das genau von der Mitte wollen, brauchen wir hier noch andere Elemente. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Div mit rein, Block, Header, Divider, machen wir jetzt mal inner. Und dann da nochmal rein, ein Block, Divider, genau so. Also, der oberste, der Wrapper, der ist dann auf Flexbox, horizontal, können wir mittig machen oder doch, ich glaube mittig. Und dann können wir den Block, Header, Divider, Inner auf 50% stellen. Der ist also immer genau 50%. Und zusammen füllen sie dann, wenn wir das Ganze hier jetzt nochmal duplizieren. Na. So. Füllen sie quasi die rechte Seite und die linke Seite aus. So. Das heißt, wir brauchen den Divider auf 50%. Können wir hier auch nochmal ein Pixel geben. Und den stellen wir auf Position Relativ. Und innen drin, ja, dieser Block, Header, Divider, der bekommt dann Position Absolut nach rechts oben. Und in der Breite geht er auf 100%. Also, der füllt 100% der 50% aus, sozusagen. Und Höhe ein Pixel und letztendlich auch die Farbe schwarz. So. Das siehst du jetzt also hier links und die rechte Seite, die ist momentan auch nach oben rechts angeordnet. Die wollen wir aber von der Mitte aus nach rechts animieren. Deswegen geben wir dir auch die Combo Class Right und können dann hier oben links klicken. Und wenn wir jetzt das animieren, du siehst es schon an der blauen Linie, wenn ich das jetzt länger und kürzer mache, wird es von der Mitte aus eben animiert. So. Für die Linienanimation gehen wir auch wieder in den Interaction-Bereich. Machen nicht Element Trigger, sondern Page Load Animation. Und starten hier eine neue. Block Overview Grid Animation. Kann ja auch sein, dass wir nachher noch im Grid was animieren wollen. Und dann packen wir uns hier diese Linie, auch die linke, also die nicht die Combo Class Right hat, und sagen erstmal, du bist in der Ausgangslage, wo ist Size? Hier Size und zwar Class, damit wir jetzt hier beide Seiten, die linke und die rechte, hier anwenden. Du bist in der Ausgangslage 0% breit, in der Höhe ein Pixel. Und du gehst dann als Initial State so los und gehst dann Duplicate von diesen 0% Breite auf die 100% wieder. Und das Ganze machen wir mal in zwei Sekunden, vielleicht mit einem Ease. Und ich habe es jetzt nicht gesehen, ich weiß auch warum. Wir müssen hier diesen Block Divider Wrapper, der hat wahrscheinlich noch die Hintergrundfarbe Schwarz, genau. Die müssen wir noch rausnehmen. Das war wahrscheinlich der Grund. Weil im Prinzip nur die Linien jetzt hier mittendrin, so, das passt. Okay. Das geht also von der Mitte aus in die 100%. Und jetzt könnten wir noch so ein, ja, dass es vielleicht nicht ganz so hart einschlägt, vielleicht hier von 0% Opacity Duplicate, gehen wir auf die 100% Opacity. Und das machen wir mal in einer Sekunde auch mit einem Ease, dass es vielleicht so ein bisschen reinfadet, ja, von der Mitte aus. So, passt erstmal. Dann haben wir die linke und die rechte Linie. Hier wähle ich auch mir zuerst einfach die linke aus und nicht die mit der Combo-Class. Und da machen wir im Prinzip das Gleiche. Wir gehen auf Size, dann hier unten auf Class, alle Elemente, die diese Klasse beinhalten. Und gehen dann in der Breite, waren wir hier auch ein Pixel, und in der Höhe auf 0%. So, das duplizieren wir und gehen dann hin auf, sag ich mal, 100%. Auch wieder, na, das wird wahrscheinlich länger dauern, 3 Sekunden, können wir aber auch mit einem Ease machen. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn die gleichzeitig anfangen zu laufen. Das heißt, ich würde da einen kleinen Delay auch mit reinmachen, vielleicht 0,8. Trotzdem muss man hier sagen, ja, das sieht jetzt hier auf der Breite gut aus. Ja, vom, das ist ungefähr, wenn die obere ankommt, geht die dann runter. Wenn wir uns das mal live anschauen, sehen wir, dass es irgendwie so ein bisschen hart wirkt, wenn der Content von dem Grid immer noch, also direkt so dargestellt wird. Das heißt, den würde ich jetzt auch in der Übersichts-Grid-Animation einfach noch mit reinfaden lassen. Da können wir hier jetzt einfach dieses Block-Grid nehmen, und das machen wir jetzt einfach mit einem ganz simplen Opacity. Ja, gehen wir von der 0, können wir hier auch auf Class gehen, gehen wir dann Duplicate, und das müsste auch ein Delay dann mit dabei sein. Gehen wir mal auf eine Sekunde mit einem Ease, schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Okay, das war jetzt zu, dauert jetzt zu lange. Ach so, weil wir hier jetzt noch nicht wieder auf die 100% gehen. Ja, könnte sogar noch ein bisschen, 1,2, ist vielleicht so ein bisschen zu schnell, 1,5. Ja, so fühlt sich das gut an. Es soll auch nicht immer irgendwie alles dann, muss auch manchmal ein bisschen gleichzeitig passieren. Also so, wenn die Linien hier runterfahren, haben wir dann so dieses Fade-In von dem Grid. Was wir bei dem Grid hier noch sehen, dass die auch die Bilder mit reinanimieren lassen, sobald man dorthin scrollt. Das können wir jetzt hier auch noch übernehmen oder so in der Art. Wir können nicht genau die gleiche Animation jetzt bei uns machen. Und dazu würde ich sagen, geben wir auf jeden Fall diesen Link-Block-Element mit dem Bild einen schönen Hover-Effekt, wenn man mit der Maus drüber geht. Das Problem ist nur, wenn ich hier auf Hover gehe, kann ich nicht das Kind-Element beeinflussen. Das heißt, da brauchen wir so ein bisschen Custom-CSS-Code, den ich auch schon hier vorbereitet habe. Ich füge den hier mal ein und das heißt einfach nur, wenn wir über dieses Element, über das Link-Element mit der Maus drüber gehen, soll er auf das Bild, was dann da drin ist, eben ein Scale anwenden. Und das macht er dann mit 1,1. Das ist jetzt hier nochmal ziemlich hart. Ist ein bisschen zu hart. Deswegen gehen wir hier, markieren wir das Bild einmal, gehen runter in die Transition-Einstellungen und machen das Ganze dann vielleicht auch wirklich ein bisschen langsamer, 500 und vielleicht zu einem Ease-Out-Quad. Und ist immer noch ein bisschen hart. Hat er das jetzt übernommen? Ah, weil wir hier noch Opacity drin haben. All Properties müssen wir hier einstellen. Und könnte sogar noch ein bisschen länger dauern, vielleicht mit einer 800. Ja, dass wir nicht ganz so hastig sind. Ja, das ist sozusagen der eine Effekt, den wir hier schon mal machen können. Und dadurch, dass unser Link-Element eben Overflow-Hidden eingestellt hat, können wir das Bild innen drin, hier ist Overflow-Hidden drin, können wir das wachsen lassen und dann sieht es ein bisschen aus, als ob das eben rangesoomt wird. Jetzt wollen wir auch, wenn man dann hinscrollt, dass sich das so ein bisschen vielleicht reindreht und so langsam reinfadet. Dazu müssen wir jetzt wohl oder übel hier nochmal ein Diff-Element reinpacken, wo das Bild dann drin ist. Das Ganze nennen wir dann Block Teaser Image vielleicht einfach mal Inner. Und warum bauen wir das überhaupt auf der Struktur? Ganz einfach, dem Link-Element haben wir ja sozusagen mit der Maus-Hover, beeinflussen wir direkt das Bild-Element. Und wenn wir jetzt auf das Bild-Element nochmal eine Animation draufhauen, dann kommen die sich oft in die Quere. Und jetzt machen wir das quasi so, dass wenn das Link-Block-Element in den Viewport scrollt, dann animieren wir diesen Inner-Element. Und deswegen kommen die sich dann nicht so in die Quere. Das heißt, wir machen jetzt hier Scroll into View, Start an Animation. Und dann machen wir hier jetzt Block Overview Grid Item Animation vielleicht. Und markieren jetzt eben nicht das Bild, sondern dieses gerade erstellte Diff. Und machen vielleicht erstmal auch so ein, was machen wir da, so ein Scale. Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen fancy das Ganze so ein bisschen entzerren. Ich mache mal hier diesen Lock raus und mache mal 1,4 von 1,1. Also wir verzerren das so ein bisschen und rotieren das Ganze auch nochmal, Rotate in der Z, vielleicht so, dass wir irgendwie von minus 5 so ein bisschen uns reinanimieren. Und das Ganze dann mit einem Opacity, der letztendlich dann von 0 aus ist. So, die drei sind, du erahnst es schon, unsere Initial States. Und gehen dann hin und duplizieren uns das einmal. Müssen von dem Scale wieder auf die 1 gehen, unten auch auf die 1. Opacity geht auf die 100% wieder. Und Rotate geht wieder auf die 0. So, und jetzt machen wir das Ganze, die ersten zwei vielleicht in zwei Sekunden und das Opacity in einer Sekunde. Müssen wir mal ausprobieren. Opacity machen wir mit einem Ease. Die Scale und Rotate machen wir wieder gleich wie oben bei dem Schriftzug mit einem OutQuint war das. So, jetzt spielen wir das mal ab. Und jetzt sehen wir, dass das so ein bisschen so verzehrt quasi reingedreht wird, ja. Kannst du auch einfach weglassen, ja. Dann machst du bei dem Scale einfach nur von beiden irgendwie eine 1,13 oder sowas. Ich lasse das jetzt mal drin. Also wir können hier noch in der Übersichtsseite von den Animationen auf Glas stellen, damit alle, die diese Klasse enthalten haben, und das sind ja hier alle Elemente, kriegen dann diese Animation quasi mitgegeben. Machen wir mal ein Page Reload. Oben schönen Schriftzug reinanimieren. Die Bilder animieren sich rein und drehen sich so ein bisschen, ja. Könnte sogar noch langsamer gehen. Dann haben wir hier den Hover-Effekt, der hier noch mit reinkommt. Falls dich Webflow genauer interessiert, schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir auch meinen Online-Kurs noch verlinkt. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.